die wasserflasche ja naja jetzt bei euch auch den ganzen tag regnen ja jeden fall könnt ihr immer in schnee sein statt regen was könnt ihr in schnee oder wie ja schnee statt regen ne ne also ne aleks schnee haben wir genug also jetzt ist mir scheißegal ob es wieder schneit weil jetzt hab ich wieder keine äh keine was keine kerbohr ach so kerbohr hm das ist echt gut schöne schokoladeneis mhm mhm hat's gut gemacht laden mir gerade TS runter so jetzt nicht bereit zack live da 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 laden mir gerade TS runter hat Steffen geschrieben ich glaube ich mach mal die musik ein bisschen leiser die ist ein bisschen laut braucht er dann noch die IP oder hat er geschrieben ja die brauchen machen für den TS ja die braucht er noch äh braucht er keine IP einfach fungamer einfach fungamer einfach fungamer warte ich schick die mal in meinen äh chat da rein genau mit dem mausen über neue kurschen über alle anwesend an Ah ne, Kubi kommt das noch. Dann läuft er auch. Ich glaub dann sind wir jetzt vollständig, oder? Ja. Moment, einen Moment noch schnell, ich muss noch mal schnell was schreiben. Jo, wir müssen auch gleich noch dann mal einteilen. Achso, das kann nicht viel noch verboll sein. Wir müssen ja eh auch noch einteilen dann, wie wir, wer fährt. Wieder. Ja, genau. Ja, na klar. Aschidhmin abgeflossen, womit kann ich euch zu diensten sein? Okay, was ist das für Aschidhmin euch kürt schon wieder? Bestimmt 10 Follower. So, jetzt bin ich da. Ja, okay. Wer fährt wo halt? Ja, freie Video vor. Alex, machst du uns mal wieder zur Führung? Ich würde sagen, ich geh wieder zweiter Stelle. Genau. Also Alex, dann... Wie hast du eigentlich mit Namen? Ich heiße Fabian. Okay, Fabian dann. Dann Kalle vielleicht, oder? Ja. War ich auf Position 3? Mike dann, oder? Hier. Und du dann 5 und Tobi 6, oder was? Mhm. Oder Tobi vor mir. Schieder. Ich würde sagen. So. Ja. 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 Also Alex, komm mal los. Okay. Und schön wieder ausparken. Hey. Was ist denn hier los? Ah, jetzt. Und der kann nicht rein. Also ihr müsst sagen, wenn ihr fertig seid. Wir sind soweit alle drüber. Ja, ich bin auch bereit. Okay. Nur sagen, wenn wir fertig sind und bereit sind. Bereit. Fertig, bereit. Also alle bereit? Ja. Ich würde sagen schon. Alles gut. Okay. Dann fahren wir aus dem Bahnhof, oder Busbahnhof. Rechts. Hey. Boah, irgendwie ruck jetzt hier ein bisschen, habe ich das Gefühl. Mike? Oh, was? Ja, da kam einer. Den hast du nur nicht gesehen. Und Mike ist gerade abwesend, oder? Ja, ich fahr mal ein bisschen nach der Kräutung. Abwesen? Ja, fahr doch mal rechts ran kurz. Ja, ich fahr mal ein bisschen nach der Kräutung. Ja, ich fahr mal ein bisschen nach der Kräutung. Ja, ich fahr mal ein bisschen nach der Kräutung. War das knapp. Wie ruckelt es ein bisschen bei mir? Ich weiß nicht. Bei mir ruckelt es heute auch. Vielleicht nicht hier so zu viele, irgendwie gerade in Köln. Ähm, was ist denn los hier? Ja. Na ja, Mikey, 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 Mikey. 20 Liter. Mikey! Dann musst du schon sagen, wenn du abwesend bist. So, anwesend. Okay. Ja, super. Lass nächstes Mal bitte Bescheid sagen, wenn du abwesend bist. Hab ich doch. Ne, hat keiner mitgekriegt. Ist untergegangen, ja. Ja. So, dann bitte los. Wir warten auf dich. Wer ist der Erste? Du bist jetzt auf jeden Fall. Der Erste. Der Erste ist Alex, glaube ich. Ja, Alex, egal TV, Fabian, dann kommt Kalle. Dann kommt die Magie. Boah, was macht er jetzt? Boah, Leute, da ist doch keine Einfahrt. Also, seid ihr fertig? Ja. Probier, nicht du? Ähm, mir egal. Mir egal. Ja, fahr du, fahr du. Okay. Okay. Es ist aber echt. Irgendwie mit den FPS ist das gerade. Aber die sind bei mir okay, die FPS. Also, ich hab gerade ein paar Einbrüche irgendwie. An der nächsten Kreuzung fahren wir ja rechts. Ja, ihr müsst mal ein bisschen, bisschen langsamer da vorne machen. Die anderen sind noch nicht mal hinter mir. Okay. Ja, ich fahr jetzt 50. Passt 50. Und... Durch rechts. Ich fahr jetzt aber schon mal rechts, okay? Ja, ich kann durchleiten. Ja, ich kann durchleiten. Vorsicht auf den Seitenstandstreifen stehen lassen, ne? Oh, Steffen. Da musst du aber noch ein bisschen fahren üben, du. Ja, der auch mit, oder nicht? So dazwischen irgendwie, hm? Ähm... Wie schnell fährst du? Ich? Ich fahr nur 46. Ja, ich fahr 41. Du kannst jetzt hoch alles, wir sind alle dran. Was? Wir sind alle dran, kannst du Gas geben. Ja, also wir fahren ja dann, äh, wenn ihr links ab, rechts abgebogen seid, fahren wir dann danach gleich wieder rechts auf die Autobahn Richtung Lüttich und Liesch. Ja, ich wollt grad sagen, ich wollt alle schon nicht unterbrechen, deswegen muss ich grad vor der Ampel abbremsen. Oh, ja, 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 ja. Durch der Rennigkreis. Oh, hinter dir hat sie geknallt! Da hat's alles voll weg. Boah, ich hab'n mir. Hinter dir? Egal TV. Oh, ja, ich hab's grad im Spiegel leicht gesehen, aber Heidert, kann ich das machen. Weiß ich nicht ganz. Mal gucken, ob die jetzt Abstand halten. Ja, ich bin zweifelig. So, mal langsam mal machen. Wie schnell denn? Ja, bitte. Okay, wir halten hier mal an. Jo. Ja. Oh Gott, ich steh' auch noch zwischen den Chefs, ey, das gibt's doch. Immer diese Raser durch die Krach zu machen. Schwacker Kalle! Was ist denn Schwacker Kalle? Der leckt sie mit. Ja, der hat mich grad überholt. Ja, der ist jetzt vor mir. Okay, also irgendwie hinter mir, ja. Uh, okay, wir sind rechts rangefahren. Ja, komm mal wieder. Ich glaub' das war ein bisschen knapp, hab' ich im Spiegel gesehen. Ja, 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 aber ich konnte noch gut agieren, reagieren und, äh, ja. Ja. Ja, das ist nicht so toll, Steffen. 55 Schaden. Aber naja. Das ist doch nicht mal ne Fracht. Achso, na gut, wenn er kein Geld hat, dann ist das schluss. Äh, was ist hier jetzt los? Wir sind wieder einer auf Pause, Mann. Äh, sind wir noch mal rechts ran fahren? Achso, Kalle. Nee, bitte nicht. Oh nein. Das Ding muss rollen. Rollen muss das. Also, ich geh jetzt mal auf... 70. Ey, Steffen, was ist los? Wieso hast du keine Fracht? Wir werden nur mit Fracht gefahren, Junge. Nö. Bin auf 70. Ja, ich hab' auch 70 eingeloggt. Ihr müsst sagen, wenn ihr halt dann alle gut aufgeschlossen habt. Irgendwie komm' ich trotzdem immer näher an dich ran. Ich glaub' der Server frisst hier immer, äh, frisst die KMH. Ja, macht er. Ja, dann doch mal ein bisschen langsamer, ohne Tempomat, weil dann kann ich auch unter 70. Karsten Köstling. Karsten. Nummer 9. Report all, ja. Ruf mal Profi ja da schon die 100 auf. Achso, da vorne ist Action. Passt auf. Achtung, Achtung. Bremsen, oder? Ja, 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 ja. Bremsen. Bremsen. Nee, nee, vor uns ist, äh, uuuhh, ganz schön, ein bisschen, dolle, viel... Und ganz schöne Rammelei. Oha. Oha. Löst sich gerade wieder auf. Okay. Oh. Ja, ja. Oh. Ich hab's doch spürt. Bitte? Ich hab's gespürt. Von hinten. Von hinten. Hey, Karambay, was für eine Traube hier fährt. Fahr, Pf, 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 Pf. Pf, 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 Pf. auf Twitch seit Freitag Ok Ey Koroma Ja Warte Warte Überholer aufpassen Ja Alles ziemlich gut hier ne Boah hier ist auch ne Menge los Alter jetzt gerammt äh gerumst Boah was ist hier los Oh wei das ist wie auf Server 2 Guckt mal Oh jetzt hab ich LKW ausgemacht Achtung wir müssen auch Wir müssen den hinterher gell Ja wir müssen den hinterher ist halt befürchtet Pass auf egal TV kommt Überholer Achtung Oh Gott ey Da muss der sich noch Zwischendrängeln oder was Mann 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 Ah ja Wir sind ja nicht so ne Wir lassen den rein Oh du hast geleckt Ich war fast hier nicht rein Ist echt viel los gerade Mein Gott ne Aber dafür ist jetzt nicht so viel los Das hab ich im FBS als in Köln Ey ihr darf auch nicht drüber ziehen Warte mal hier Links halten Jo alles klar links halten Ja rechts steht einer Boah was ist hier los Ich log wieder 70 ein Wir bleiben erstmal in der linken Spur Du fährst in der Mitte Ihr müsst sagen wenn von hinten jemand kommt Ja hier auf der Tankstelle ist ziemlich viel los Da sind die glaube ich ran gefahren jetzt ne Ja Um sich hier zu vervollständigen wahrscheinlich Ja äh wieder rechte Spur Überholer kommt Oh Oh Werkt extrem da ziemlich viel los ist hier Ja Ich hab gemerkt du warst gerade kurz in mir drinnen Nach der Tankstelle hat noch eine Uhr Gibt's gar nicht Ja ich glaub das ist der der gerade an uns vorbeizieht Stefan wenn du in Mainz Sorry Tobi Moin das sind ein paar Schweine ey Wir müssen hier abfahren Richtung Lukenburg Ich fahr ohne Ohne ja Ich fahr ohne Ohne ja Ich fahr ohne Ja Danke das hättet ihr mir auch mal erst sagen können Echt Du fährst mit oder Naja Wir sind längst raus auf dem Bitter Oh was ist denn hier schon wieder los Michael Weißer Knopf Puh was passiert denn da nur Puh was passiert denn da nur Hinten bei euch Nja Nja Überall ist Action außer bei dir EgalTV Ich glaub ich sollte nächstes Mal doch hinten fahren Ja Du bin eigentlich gewohnt nur noch letzter zu fahren Du guckst nebenbei einfach bei mir zu Bei mir siehst du dann die Action und bei dir dann äh Na eben Er nimmt dich auf Youtube auf Achtung war du begann Weil Streamer Haben wir heute Tobi und EgalTV Ah super Das wird Jetzt in nächster Zeit Ähm Regelmässig passieren Ja das ist doch schön Mein Transfer Abergegene Ihr steigt man hier extrem . Pumm Pumm Das hatte ich auch mal Ich bin mit 80 über'm Bahnübergang und auf einmal war ich über 100 Ich bin nur über'm Baança manufacturing Yo Maike sag mir das doch was denn bahnübergang die reden davon ich denke so alles klar bahnübergang und dann naja haben wir trotzdem gemeistert ich finde es echt krass ich streame seit zwei tagen auf twitch und ich habe mehr zu schauen als ich auf youtube gestreamt habe ja das ist auf jeden fall schon mal sehr sehr positiv ich habe sieben zuschauer gerade ich bremse ja alles klar ich sehe im radar kann er nicht überholen ich war gleich 70 das ist eine wahnsinnige geschwindigkeit ich weiß nicht ob ich auf längere zeit damit überfordert bin könnte möglich sein er da wiegt hier ab und das weg er ist weg aber schon der nächste von hinten will t3 oder ja klar überholer überholer wie schnell fährst du alex ja ich denke ich denke wirklich wenn man wenn man viel streamt kommen wir wirklich auch zu viele neue fahrer ja ja jetzt war alex so ist die jahre auch zu so viel fahrer gekommen wie sie gerade hat bei der kinderregel hat glaube irgendwas mit 60 jetzt oder so mittlerweile recht wo mir drin waren waren sie nur 20 sie hat halt immer fleißig weitergespringen und keine ahnung fahrer ohne ende gekriegt aber die lade ich persönlich ein ne zu unserem konvoi die jahre ja aber dann müssen wir auf eu1 glaube ich weil da ist die wenigsten wenigsten eu4 eu4 ist immer alex da ist wirklich wenig los da haben wir das die wir machen möchten können wir das nicht auf den anderen server machen seid ihr eine richtige firma oder wie ja klar wenn der spielschmerz ja es geht ja auch um das regel das regelwerk von truckers mp ne ja genau dem wollen wir ja nicht wir brauchen ja keinen bannen oder irgendwie ärger mit truckers mp das soll ja schon super laufen auch ein gegenverkehr dann wäre es schon cool wenn die kinderregel so mit 20 30 fahrer kommen würden also bis zu trucker kalle oder dann in die chaos das sieht aber echt geil aus also in diesem sinne alle zuschauer die auch eurotrucks im monate 2 fahren wir laden euch natürlich recht herzlich ein am 2.3. diesen jahres um 20.30 auf server 4 mit uns unseren geburtstag zu feiern und natürlich in unsere spedition beizutreiben ja das natürlich auch fahrer sind immer herzlich willkommen fahrer sind immer herzlich willkommen vielfahrer, wenigfahrer, singleplayerfahrer, multiplayerfahrer na klar, Hauptsache 4 Fahrer sind alle ein Gewinn sind alle ein Gewinn ob ihr TS habt oder nicht, ob ihr das nutzen wollt oder nicht auch ihr seid willkommen genau Spaß ist garantiert wir haben ja noch andere Möglichkeiten whatsapp, discord ich bin jetzt eigentlich schon in Frankreich ne fast, wir sind in Luxemburg Spaß ist immer garantiert Spaß ist immer garantiert falls Speditionen zuschauen ihr seid natürlich auch eingeladen wir werden ein bisschen langsamer aufhangen ja egal, das war auf jeden Fall echten viel besser umzusteigen mit dem Streamprogramm tipi benutze ich zwar nicht ich habe etwas anderes für mich vorsichtig sehr scharfe Kurven da habe ich auch zum Beispiel auch die commands und so das ist ganz cool du bist auch mit drin ja wenn man einen Command eingibt dann kommt man gleich zu dir genauso wie der TS und Facebook und YouTube ja als Command Bot muss ich auch noch machen ich weiß noch nicht wann ich das mache es hat auf jeden Fall fast den ganzen Tag denn das ganze einrichten und umstellen und Grafiken und neue Panels und das mit den Emotes und so ein kleines GTA Handy in der Ecke was die Leute dann begrüßt und alles ah ok kann ich hier nachher mal reingucken ja schalte dich auch extra nochmal frei kannst du mich entfollowen und dann wieder followen ja dann passiert das nein das ist ganz cool gemacht alles knapp gleich wieder recht ja Alter linkt so beschissen heute Achtung was auch cool wäre Fabian wenn du weiter hinten fahren würdest hier stehen ich wollte nur gucken wie er reagiert also jetzt halt immer schön aufmerksam das ist gut moin hä warum hänge ich denn jetzt wo hänge ich denn jetzt hänge ich nicht mehr jetzt hänge ich nicht mehr ich bin den Server auf dem TS nicht einfach fangen fanggamer.ts.ngz.net aber eigentlich wenn man ihn sucht dann findet man ihn eigentlich auch unter Alpha Fang Gamer einfach suchen steigen im nächsten Streams werde ich auch weiter hinten fahren aber irgendwie ist hinten immer mehr los haha da wird ja cool du jetzt schalte alle gleich ans Recken als du hinschliierst da vomarettes wenn du hinten fährst kann man das mal in den Chat schreiben in die linke schmisch auch bitte Achtung, scharfe Kurve Da steht sogar noch einer in der Kurve, aber ich glaube ich spinne Uuuuuhhh Alter Ich sehe das rote Pünktchen da oben Dann ist nicht alles grün bei uns Also bei mir Ja, bei mir ist nicht alles grün Ja, das kommt noch, ich habe gesagt Zack, zack, zack Oh man Am besten ist immer in der Steam-Gruppe gucken Weil da sind eigentlich die meisten Auch drinnen Blockiert der jetzt ernsthaft? Mhm Steht auf jeden Fall gut im Weg Äh, willst du bitte ein bisschen langsamer fahren? Ja Ja, da kommt ein Parkplatz, wir können mal reinfahren Und wir fahren am Parkplatz ran Dann können wir jetzt auch eben die IP in den Chefs ausschreiben Ja, genau Du kannst ja kurz die IP schreiben Alphafungamer.eu war das, ne? Auf alphafungamer.eu, das ist die Webseite. Aber die genaue TS-Adresse ist alphafungamer.ts.ngz.net, glaube ich. alphafungamer.ts? Genau, .ngz. .ngz, ja. .net, genau. .net, also alphafungamer.ts, .ngz und .net. Genau. Dann muss das klappen. Sonst klappt es eigentlich auch mit alphafungamer an der Suche, ja, oder die alte IP-Adresse. Sind wir alle eigentlich wieder da? .net? .net. 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 bitte was oh ich glaube ich habe den Gamecrash nicht auch nicht kommt eine Überholung von hinten bitte Monika der Standstreifen ist aber nicht zum fahren ey 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 bau mal ein bisschen auf hier kannst du nicht fahren du bist auf meiner Seite du ich guck gleich wer mir gefordert hat Mann 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 ich fühl mich jetzt ganz kurz Cashy86 danke für den Follower ja ist an uns vorbei Frage kann man einen von euch außer auf Twitch erreichen also mich könnte man noch auf Discord erreichen wie es bei euch aussieht weiß ich nicht Steam oder? Tobi ist in der Steam-Gruppe oder? ja Steam, Teamspeak, E-Mail, Homepage, Facebook Instagram, Twitter, Instagram überall eigentlich Nord-Süd oder Alpha-Fun-Gamer oder einfach Trucksbook beitragen Trucksbook, ja ja ähm egal TV das musst du unbedingt noch alles einrichten was ne Commands wie ähm Trucksbook oder ähm ah ja ne hab ich bei mir auch äh Discord meinte ich jetzt spezifisch für mich weil du meintest ja glaube ich die anderen da haben wir keinen Kanal Discord wir benutzen nur TFs zum reden ja das mit den Commands mach ich dann noch ja na klar alles mit der Ruhe morgen denk ich mal morgen, übermorgen muss ich dann gucken je nach Zeit kannst du mir ja dann dabei helfen weil mit den Commands na na klar, gerne machen wir auch kenn ich mich nicht so aus mit der Sache dann ja klar dann auch so ein paar Commands dann haben wir wenigst die gleichen ja na klar ey ich schreib dir ähm ich whisper dich danach auf Twitch mal an ich schick dir dann mal meinen Discord Namen die will ich jetzt nicht unbedingt öffentlich machen sonst krieg ich hier dann von allen irgendwie Freundschaftsanfragen haha ups sorry wie schnell fährst du? ich fahr 70 immer noch ok vor sich aus vor mich macht raus geschossen ne ich hab das Gefühl das kracht gleich ah ne doch nicht knapp aber klick 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 da fängt Michael wieder an zu stoddern ja ja schon ganze Weile und schon jetzt steht er wieder rechts hä? was macht der? ich glaub der wollte grad rüber ziehen irgendwie kein gutes Gefühl haha nicht dass er mir gleich ein Anhänger rast oh alter ich lass den mal vorbei hm alter der dreht ja voll ab ok danke bis dann bin ich jetzt auch weg jo oah wow da kommen grad zwei nach vorne geschossen ok 3 sind das genau 3 Punkte nicht grade sehr ja das ist der von eben wenn der jetzt gleich wieder rechts ran fährt ne hm ok sind an uns vorbei so langsam okidoki 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 ich hab vor allem auch nicht gedacht dass ich mit Eurotrack so schnell ne kleine Community schon aufbauen kann scheint aber aber auf Twitch ein bisschen schneller zu gehen ja eine Mautstelle in Sicht hm ich Mautsliebe ja wird's denn automatisch äh welche zum durchfahren ich glaub die rechte oder? ne halt die linke oder? nein oder doch du bist falsch ja uiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuo oooo war das knapp ja ja du 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 Ja, du bist von deutschem Streamer auf Platz 9 im Moment. Ui. Okay, krass. Ich bin der Spidi gerade beigetreten. Ah, okay. Oh, jetzt soll ich auch mal ein bisschen beschleunigen, damit ich vorne rankomme wieder. Tobi, du kannst ruhig vorbei, richtig? Wääh. Aber keine zum Durchfahren. So, jetzt kann ich wieder ein bisschen langsamer. So, wieder auf 70 runtergehen. Auf Platz 9 von den deutschen Streamern bin ich gerade. Das ist okay. Was? Ja, Platz 9. Okay. Ja, gut. Nein, das ist gut für jemanden Neunz. Ja. Irgendwie läuft der Tag heute voll gut. Ich bin jetzt auf Platz 9. Ich habe heute Morgen von einem großen Streamer das Frankreich DEC geschenkt bekommen. Also, irgendwie. Läuft der Tag heute relativ gut. Das ist doch schön. Ja. Gelungener Sonntag. Auf jeden Fall. Ich bin jetzt auf jeden Fall. Ja. Ich bin jetzt auf jeden Fall. Ja. Ich bin jetzt auf jeden Fall. Moin moin Wie sieht eigentlich bei euch mit dem Tank so aus? Achso, Alex, ich habe auch halb voll Ich habe komplett voll eigentlich noch Ich würde sagen, wir hätten auch auf 80 gehen können Und ich merke gerade, ich habe mein Mikrofon schon wieder aus Hört sich willkommen Carsten Dem hatte ich Bescheid gegeben, dass wir hier am Stream sind Und am Mini-Konvoi fahren Und habe ihn halt, ja, Bescheid gegeben Ah, okay Bei Streamer CarTV und Alpha vom Gamer Kann ich dir nochmal kurz einen Link von Alpha reinschicken Ganz flott mal schnell Carly, mach mal die Seite von Twitch mal rüber schicken Ja, warte Ich schicke einfach mal Ich schicke, soll ich hier einen Channel reinschicken? Äh, WhatsApp Ach, WhatsApp Wieso wackelt es jetzt gerade bei dir so im Spiel? Weil ich rausgetabt bin Achso, okay Das ist so ein Bug in EGS Weil ich guck, wenn ich Ja, der behält das Bild nicht Das sieht dann einfach richtig lustig, wenn du dann auch noch so mit der Maus hin und her wackelt, dass wir es jetzt gleich sehen Im Streamen Wir können mal fahren wieder Kalle ist schon los Nein, ich wollte bloß hier an der Seite stehen bei Match Kinder Es bleibt doch locker Also gut Geht's los Jop Geht weiter Wäre fast nach der Reihe gegangen. Sieht ja richtig cool aus eigentlich. So tock 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 tock. Erst alle vorgefahren und dann kommen die anderen. Von hinten nach vorne. So und im Tempomat wieder hoch stellen auf 70. Leuchtet auf jeden Fall im Dunkeln irgendwie Tobi. Wie bitte? Leuchtet auf jeden Fall irgendwie im Dunkeln. Irgendwie frisst er bei dir wieder Kmh, ich geh auf 65, weil sonst komm ich irgendwie immer so nah ran bei dir. Mal gucken, kann ich wirklich näher dran? Äh, ne. Oder doch? Doch, ja. Wie schnell seid ihr? Ja. Ich bin grad 67, weil sonst der frisst nämlich bei Alex Kmh. Fahrer knackige 70. Ich fahr 65, 64. Ja, 66. 67, ja klar. 66, 65 so. Hey, was ist denn hier mit meinem Tempomat schon wieder los? Warum? Ich hab wieder rausgeflogen. Ach. Ich komm und dauert auf meine Motorbremse. Boah. Bäh. Yo, yo, yo. Ich bin sicher. Mhm. Yeah, ich bin sicher. Das ist gemütlich in Frankreich, da ist nicht so viel los. Ich glaube, jetzt kann ich auch mal kurz ein bisschen schneller, weil jetzt das irgendwie... Noch relativ großer Abstand. Das war die Leitplanke. Ich glaube, wir könnten auf 80 gehen, ach ne, hier ist Coven. Ja, so toll ist Lala am Coven. Das hätte man jetzt auf 80 gehen können, aber da vorne müssen wir auch schon wieder runter, also hätte es auch wieder nichts gebracht. Hier müssen wir ab Richtung die Show. Ja, alright. Vorsicht an der Bahnsteinkante. So, wie kommst du hinterher? Du bist doch da. Ich fahre da gleich in Popo. Und dann gleich links oben. Weißt du, mir wurde gerade ein bisschen schlecht, so ne, vom langsamen Fahren. Deswegen habe ich die ein bisschen vorgelassen, um da mal kurz eine Strecke mal ein bisschen zu beschleunigen. Ich bin auch kurz mal gerade so. Ich bin 87 gefahren. Ich bin auch gerade mal in 75, 80 gefahren. Ich bin auch gerade mal in 75, 80 gefahren. Ich bin auch gerade mal in 75, 80 gefahren. 95 jetzt kurz drauf. Oh, wie der Mauer, Alter. This is Frau Cry. Wie letztens sind wir das Rennen mit den Engländern? Oder was noch mal? Oder was noch mal? Mini Mauer. Abends noch, ey. Da haben die mich echt dazu gebracht, dass ich 102 gefahren bin. Und dann war es mir egal. Dann bin ich dann 150 gefahren. Hab ich mit den Rennen gemacht. Und dann wollten sie nicht mehr. Als sie verloren haben. So. Ne, ne, ne. Nies mal, ob ich, dass wir alle die gleiche gekriegt haben. Die gleiche Kraft alle. Seid ihr alle da? Ähm, ich und Micha fahren gerade aus der Mauer raus. Okay, wir machen noch ein bisschen langsam. So. Ich sehe aber, merke ich schon. Jo, wir sind wieder da. Beziehungsweise, Micha ist gleich wieder da. Okay, ich geh wieder auf. 75 diesmal. 75? Schließlich geht's auf. Mal gucken, wie viel kmh er diesmal frisst die Synchron. Jo. Ich sehe ihn schon im Rückspiegel. Im Rückspiegel sehe ich nur meinen Anhänger. Kommt drauf an, wie du es eingestellt hast, ne? Ja. So. Für rechts habe ich halt diesen F2-Spiegel, weil das sehe ich nicht. Ja. Also es gibt auch, es gibt auch eine Einstellung, da siehst du, wenn das Auto, äh, äh, das Auto. Ja, ich glaube, das kann bei F4 einstellen. Dein Kollege, 100 Meter hinter dir ist, du siehst dann noch einmal nicht mehr. Das kann, glaube ich, bei F4 einstellen, also nicht Spiegel. Weil ich mich jetzt nicht irre. Ja, die Einstellungen und dann kannst du dann nochmal die Skalierung und dann so eine Option machen, ne? Ja. Wie weit, ob nah, äh, mittel, hoch oder ultra, glaube ich. Ultra gegen das, ja. Ja, kann ich ja nach dem Stream mal gucken. Genau. Wenn ich jetzt so aus dem Fenster gucke, dann geht das ja auch. Ja. Und hier. Und Micha, was macht Mottlis 1000? Bitte? Was macht Mottlis 1000? Ja, die läuft eigentlich so weit, ne? Ja, perfekt. Auch schon mit Abholstationen und so? Bitte was? Auch mit Abhol- und Bringstationen? Wie Abhol- und Bring? Verkaufstationen und Bring? Mhm. Mit Verkaufen, oder? Ja, genau, genau, genau. Ja, klar. Okay. Und die funktionieren auch, ja? Ohne Wachs. Funktioniert alles, ja. Ja, perfekt. Ja, das sind ja meistens so die Probleme, wenn man das liest, ne? Was dann noch nachgepatcht werden muss, oder keine Ahnung was. Ja, aber wenn du halt genau weißt, wie es alles aufgebaut wird, ne? Ja. Kein Problem. Wieder 75? Aber so extrem zeitaufwendig ist, das kannst du dir nicht vorstellen, echt. Ja, klar, du musst ja jedes Detail, du musst ja alles passen und so, ne? Dann passt das nicht und dann das wieder anders, oder? Ja, ich will nicht. Mhm. 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 Ja, aber cool. Ja, ich hab jetzt die, äh, Vs-Dings hier von Stevie. Ja, okay. Mhm. Die ist auch ganz geil gemacht, ja. Ich hab mir echt Mühe gegeben mit der Stadt und so. Schön Kirche drinnen und, ähm, schöne Altstadt und so. Der Hof ist auch echt klasse gemacht. Und, äh, ich glaub ne, zwölf, dreizehn Felder insgesamt oder so. Okay. Das war eine schöne große, ne? Und, schön gemacht. Also nicht so, dass du da 40, 50 Felder hast und dann, äh, ja. Ich mein, für mehrere Leute, wenn jeder, keine Ahnung, 10, 20 Felder haben will, dann geht das. Wie schnell fahrt ihr? 90. 90. 74. 75. 80. Ich glaub ich auch mal auf 85 drauf. Ach, war zwischen 70 und 50. Aus dem Weg, Tobi kommt! Mee-mee-ooo! Oh, der schläft ja die Füße ein. Ja, ich richtig, ich hab's. Danke für den Follower, ich guck gleich nochmal, deres nach. Ich glaub wir müssen hier mal ein paar kleine Rennen hierbei machen. Äh, ah, Sora, danke für den Forderung. Ich rechte mich nach Kalle, nicht was die Spitze macht. Bia! Ui, 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 hab ich ein bisschen gelackt. I am Sora. Hey ho, ho hey. Oh ho ha. Da stehen ein paar. Hier sind die NSL. Da stehen Feuer auf ihn. Boah, dann ist ja auch ein Pünktchen. Manchmal langsam, meistens schnell. NSL, NSL, äh, he, he, hi, da stehen auch viele. Da stehen Paar im Spiele. Ja. Ach Micha, da musst du gleich mal nen Text setzen, wa? Bitte? Beim Stream. Ja, natürlich, klar. Oh, geil. Oh, ich auch. Ich hab gar keine Moderatoren für meinen Stream, ich muss mal gucken, ich such mir meine nach 1, 2 aus. Ich klau dir dein von mir vorgestellten Projekt, ich hab mehr Zeit, Durchhaltevermögen und mehr Geduld. Ja, mach ruhig. In Sachen Geduld ist bei mir eh aktuell nicht so. Durchhaltevermögen hab ich auch, aber Zeit ist in unserer Zeit auch. Weil ich morgens, werde ich dann auch nicht so viel Zeit haben, da werde ich dann noch hier alles einstellen für Twitch noch weiter. Tja. Er kann sich jetzt nicht, ach so, er kann sich entscheiden, wo wir fahren. Geben wir auf 85. Ah, der macht höchst du oder halb? Oh, na geht's. Hä? Alex lebst du schon halb oder wie? Nö, nö. Das haben wir grad gesehen, der hat seinen Fahrspurwechsel. Ja, das ist mein automatischer Spurwechselassistent, was? Ach so. Der macht was er will. Der hält nicht die Spur, da fährt links und rechts und sucht sich dann eine willkürlich aus. Toller Spurhalteassistent. Mautstelle. Schon wieder. Er sagt ja nicht, welche Spur er hält. Naja, in Frankreich, wie gesagt, das ist der Nachteil halt, ne. Hier gibt's ziemlich viel Mautstellen. Cool, aber auch, da ist auch an jeder Ecke ne Maut. Schubo. 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 Ach, Zuschauer alter. Oh, ich fahr 90. Upsallah. Ich fahr grad 90. Ja, aber ich hänge eigentlich wieder fast hinten drin. Das heißt, der fährt glaube ich 80, ne. 82. Oh, Daisy, was ist los? Und wieder rechts auf dem Standstreifen, denkt er an der Assistent. Ach, wenn man echter Meinung ist auf YouTube nutzen, mehr ist auf Twitch dann trotzdem irgendwie besser mit Sachen streamen. Hm. 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 Oh, ich hab mal Erfolg aufs Sofa geschaut. Was? Wo du denk dran, bei mir Tunnel. Bin aber auch schon bald da, ne. Jetzt kann man aber nochmal zwei Mautstellen, seh ich grad. Boah. So. 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 zu einem Lack, das ist ja Ja, hier ist die Lone Auf Youtube will ich halt nur noch meine Standardprojekte sowie ja, will ich noch die Standardprojekte die ich aktuell habe streamen, warum bin ich jetzt angehalten? Und auf Twitch halt eher ETS Sorry, ich stehe Sorry, ich stehe Hast du wieder die Oh Shit, ich stehe Oh, oh, ich wieder links Dann werde ich die Oh Shit, ich stehe ab Hehehe Hehehe Und wieder rechts Hui Ich liebe es alle am Fahren Hehehe Pottstein Du musst das etwas langsamer machen nach vorne? Ja Ich bin auf 40 Ich Zeig mal, wie wir beschleunigen können Was? Hast gerade Gegenverkehr bekommen Gute Weiterfahrt gewünscht, GDC Oh Oh Hier fehlt einer Ja, mal auf 45 hoch Jo, ich Hab grad ne Abzweigung verpasst Oh Kärmex, irgendein Remix da im Hintergrund Ich weiß gar nicht was das war Was ist Tetris? Wie ist Tetris oder so? Keine Ahnung Hab mir nur ne Playlist genommen Von nem anderem Streamer Hehehe Ja, wir müssen mal rechts ran fahren Alex Ok Rechts ran Warte ich nicht Ehm, Moment Warten Jo, wir warten Ok, kannst du wieder anrollen? Ehm, wohah Komm retour Auf Aua, Aua Haja, 안녕하세요 Hey Caramba warum denn hier stehen? Vorsicht Ich komm hier nicht mehr weg. Langsam. Du hast hier die Wintermaut auch drin, na. It's the snow time by Alex. Was? Snow time by Alex. Was für ne time bei mir? Snow. Snow time. Schneezeit. Ja. Ja. Hat sie heute so viel Cola getrunken, Urwatz? Ich darf nicht so viel Filme nebenbei gucken. Da höre ich nur die Hälfte, weißt? Ja, genau. Ja, das kann aber nicht wahr sein. Ich erhöhe wieder auf 85. Ich bin wieder da, jetzt überhören. Was? Was? Genau, das hat schon gepasst mit deinem Was. Ich sollte auch nicht immer so viel in Chat gucken, weil irgendwie lande ich danach immer in einer Leitplanke. Bist du nicht multitaskingfähig, oder was? Doch, eigentlich schon, aber... Kommt mal. Kommt mal hier. Ja, das lässt ja auch immer auf fünf Arme wachsen, alles kein Problem. Neunzig oder was? Neunzig oder was? Goal! Komm, wir schaffen Anzeige. Wahrscheinlich mit Peter los, der wollte uns auch beitreten wieder. Ja, ich hab Peter gesagt, er müsste nochmal eine Bewerbung schreiben, ne? Okay, ansonsten schreib ihn doch mal an. Oder ruf ihn doch mal in Facebook. Und, äh... Da hat er zu mir geschrieben, so, ja, aber er war doch bei uns drinnen, ne? Da hab ich ihm geschrieben, ja, aber wenn du gekündigt wirst, dann mussten wir dich wieder neu anmelden. Dann hat er nur okay geschrieben. Das war der letzte Stand, oder das ist der letzte Stand, den ich habe. Peter, falls du zuguckst, ne? Mach doch mal eine Bewerbung fertig. Oh Gott. Wird ja wieder lustig. Naja, er spielt Counter-Strike, sehe ich gerade. Der Peter lustig, komm! Der Peter Counter-Strike, ne? Der kleine Peter möchte abgeholt werden. Das geht gar nicht. Bobby, bild ihn aber nicht aus, ne? Das ist unser Ausbilder. Achtung, Mautschneid. Also, Mike, wenn du dir nicht ausbilden willst, dann, äh... er nenne dich Peter zum Ausbilder. Oh, ne 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 ne. Alter, jetzt gebe ich nicht, Alter. Peter, also. Hast du gehört? Deine Chance. Ich war zum Top-Fahrer. Und du schaffst diese Woche dich zu melden, Peter. Dann wirst du unser Ausbilder Nummer eins. Oh, verdammt, ich habe EGAL-TV vergessen. Kommst du durch, junger Mann! Kommst du durch! Irgendwie wollt ihr die Maut nämlich nicht bezahlen. Zehn Zuschauer, ne? Acht sinds bei mir. Also bei mir zehn. Ja, moin, tach und hallo und einen wunderschönen guten Abend. Also bei mir werden acht angezeigt. Vielleicht hat irgendjemand doppelt offen. Elf. Zeigst du mir an. Taupingdao. Okay, das fängt immer noch acht an. Vielleicht brauchst du ein bisschen zum Aktualisieren. Bei mir sinds auch elf. Guck bloß nicht nach hinten. Du fährst doch noch mal. Ja, genau. Ich fahr noch mal. Richtig. Ach so, dann bist das ich. Jetzt nicht wissen, was passiert. Ich hab's nicht mal im Rückspiegel gesehen. Aber du gesehen hast, auf der Karte sich der Punkt entfernt. Bleib froh. Ja, jetzt zeigt er mir auch zehn Zuschauer an. Boah, damit hab ich sogar schon meinen YouTube-Rekord mit acht gebrochen. Ja, herzlichen Glückwunsch. Sie haben gewonnen. Sie haben Pass. Doch, elf Zuschauer. Noch zeigt er zehn an. Ach nee, jetzt sinds nur noch sieben. Okay. Nein. Ey, ne Tmoa, was knoht's bei euch? Na gut, man könnte sich auch irgendwann auch ein Konzept zurechtlegen, was man dann die ganze Zeit quatscht oder so, weißt du? Weil halt die Leute unterhält. Ja. Aber ich hab jetzt mit dem auch geredet gehabt, der auch, der fast 5k hat. Der hat gesagt, es ist nicht schlimm, wenn man nicht immer was zum Reden hat. Deswegen. Aber ich denk grad, der Anfang ist schwer, ne? Ja. Aber wenn der Chat auch aktiver ist, hat man auch eher Themen, über die man reden kann. Ja, genau. Also, wenn euch auch was interessiert, oder ihr Fragen habt, bitte in den Chat, unter den Kommentaren. Äh, achso. Boah, wir sind jetzt bei Juku. Elf zagt er mir jetzt an. Huiiiiiii. Huiiiiiii. Ja. Aha, du kamst von da. Musstest mich abschleppen lassen. Nö. Ah, dann wär er die Fracht weg gewesen. Stimmt ja. So, wir sind auch gleich da. Hey, irgendwie hab ich mich verfahren. Ich hab hier so viel Post mit vor mir. Hehehe. Dann verfahr dich doch nicht. Moin. Jetzt sind sieben Zuschauer. Okay. Komm noch mal vorbeigedüst. Hier, Mischa, hast du einen Kaffee? Bitteschön. Na, Maut. Oh, Mikey, Mikey kriegt auch noch einen Kaffee. Warte, Mike. Mike, warte, 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 warte. Hier, hast du einen Kaffee? Okay, bitteschön. Danke. Brustiger, Chef hier. Achtung. Maut, Maut, Maut. Ja. Ja, noch schnell vorhüpfen zu Alex. Weiß ich dir noch einen Kaffee rüber. Uuuuh. Ne, hat nicht gereicht. Alex, zu schnell. Ja, egal. TV kriegt noch einen Kaffee. Yeah, Simon. Warte, 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 warte. So weit kann ich dich schmeißen. Ja, hier, alles klar. Stack. Er hat mir die Schutzscheibe getroffen. Er ist nach vorne geflogen. Er hat noch mal ein bisschen langzimmer fahren. Kommt rein. Ja, Alex, wär's nicht so schnell gewesen, jetzt auch einen Kaffee von ihr kriegt. Jetzt die Kaffee-Kanne leer. Ich hab meine... Ich muss gleich ins Bett. Ich brauch keinen Kaffee jetzt mehr. Ich weiß jetzt nicht, was das ist, was das ist für Musik. Ich hab keine Ahnung. Ich hab einmal die Playlist von Kalle, genau. Von Kalle HD. Die auch in seinem Stream zu benutzt. Ich hab die Musik jetzt nicht weiter. Ich glaub, ich bin am Ende der Playlist. Hm. Ist ja nicht so wild. Sie sind ja auch fast hier... Ja, sind ja fast da. Wenn ich muss anfangen zu singen. Nein, danke. Nee, danke. Oh, it's not me. Oh, es hört lieber aus. Ja, nee. Wer heißt das? Wie lässt das überleuten, die es können. Soll ich daraus einen Clip machen? Nein! Bloß nicht! Komm mal! Dann machen wir mal was mit dem Kreisverkehr. Wenn du Zuschauer verlieren willst, dann mach ruhig einen Clip daraus, mach ruhig einen Clip daraus. Wenn du welche behalten willst, dann lösch es. Der Stream bleibt eh 14 Tage an. Dann wird er automatisch gelöscht, soweit ich weiß. Und wenn mein Twitch-Partner ist, dann sind es 60 Tage. Botstein, Hochhaler. So, dann sind wir jetzt auf 8km. Dann kannst du ja meinen... Achtung! Wieder Kreisverkehr. Botstein, ja ich komme. Ist bestimmt gut für die Stoßdämpfer. Überlegt mir auch mal Vorsache, wo weiß ich, ob hier zu streamen. Auf Xbox? Na PC. PC. Muss ja allerdings gucken, wie das mein PC mitmacht. Auf hoch kann ich spielen, aber ich weiß doch nicht, wie es mit Streaming gleichzeitig ist. Ja. Das ist so ne Frage. Was ja auch nochmal ordentlich Leistung frisst. Klauen wir halt mein Stream-Konzept. Was? Was wir klauen? Was? Achtung, hier hängen Bäume in der Straße drin. Hä? Neh, nehm ich mit. Tut noch gar nicht. Entschuldigung. Gesundheit. Wo hängen denn die Bäume in der Straße? Bei mir hing nix. Was war eigentlich, äh, Wintermott? Ach so. Achtung, Rolltour. Achtung, Rolltour. Gerolltour. Ich mag gerollte Tore. Einen wunderschönen guten Abend. Ach ne. Der kommt noch nicht schön. Jetzt noch in der Tour kommst oder was? Der wollte mich bestimmt nur abholen. Ja, hallo. Alter, warum häng ich jetzt an diesem Tour? Ich hörte grad nicht. Weil du weiter hättest ausgeschwenken müssen. Inwiefern abholen, Tobi. Hä? Inwiefern abholen. So. Jaja, ich pack ja schon. Jaja, ich pack ja schon. Jaja. Oh, ich bin gegen das X gedonnert. Mh. Na, das war wohl nix. Ja. Das mit X. Das war wohl nix. Was meckerst du da rum, Ente? Hä? Du bist noch nicht mal hier. Hier, hier. Schön, Alex. Machst du sehr gut. Gerne. Ich bin überall noch nicht da, wo ich hin muss. Wo kratzt ihr euch rum? Äh? In Frankreich. Frankreich. Ja, meine Forza streamt den einzigartig. Wie ich schrei und fahre wie besoffen. Versperrt ihr mal die Sicht hier, ne, Alex? Ich meine, ich hab einen Alkoholproblem. Machst du hier mal ein bisschen interessanter bei meinen hier. Echt? Ja, aber ich schrei nicht so rum, wenn ich Forza streame. Und ich fahre auch nicht wie besoffen nach. Jo, guck so. Guck so. Ah, shit. Hat, 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 hat nicht richtig gepasst. Alter, ist hier viel los. Hier sieht man gar nichts mehr. Ja. Oh. Och, wow. Du, ich bin eine Diene. Ich bin eine Diene. Ich bin eine Diene. Mensch, ich bin ja, sie ziehen auch nix mehr hier. Wo ist jetzt die Diene? Ich würd sagen, wir stellen uns hier alle nochmal gleich auf. Oh, jetzt. Flugplatz. Flughafen? Flughafen. Flughafen. Piep, 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 piep. Überall hört man nur piep. Und ganz viel eckerlich sind aneinander. Warte, ich kapke gleich. Man merkt, dass ich lange nicht mehr gespielt habe. In so der Zeit, ne? Alex. Jetzt hab ich gar nix mehr, äh, leck mich nicht. So, ich kann da im Fotomodus, kann man das alles gut beobachten. Ganze Prozedere. Ja, man sieht da nur ein wildes hin- und hergedönter. Irgendwie schon. Oh, ich hab schon wieder kein Bock mehr, ey. Finde ich das lustig? Später, das mach ich in einem YouTube-Stream-Mafix-Storm, weil das eine Sache ist, die YouTube einbezieht und nicht Twitch. Was ist das, der Alex? Ich hab jetzt schon keinen Bock mehr. Also, irgendwie sehe ich ihn nur wie LKWs durch andere LKWs fahren und durch andere LKWs. Alter! Ah, ich kann mit der Cam nicht weiter weg. Deswegen geht der Cam nicht. Ja. Ah, jetzt weiß ich mich schon. Okay. Ja, da müssen wir bei dir demnächst, äh, die Flycam freischalten. Hm? Die Flycam. Okay. Dann drückst du bloß, also wenn die freigeschaltet ist in der Konsole, dann drückst du bloß auf die Null, weißt du, und dann kannst du überall hinfliegen. Dann nicht mehr limitiert auf, äh, eine Entfernung. Kannst auch deinen LKW dann irgendwo in Frankreich stehen haben und rennst mit der Kamera auch irgendwo, äh... Der Bützkittel herr, hier. Hallo Yodo! Kommt's genau zum Ende, passt doch. Oder passt zum Ende. Alex ist ja schlafen geworden hier, oder? Ja. Ich denke, ich mach dann gleich noch ein Foto und dann... Hallo. Dafür müssen wir aber erstmal daherkommen. Dann sollte ich mich vielleicht nochmal anders hinstellen, ne? Ja. Ja, genau. Können wir nochmal ein Gruppenfoto machen? Das wäre auf jeden Fall schick. Ja. Je mehr wir haben, desto besser... Achja, dann haben wir ja mit F11 ausblenden. So geht das, in einer Flycam eingepackt. Mega. Das kannst du mal als Clip machen. Ja, cool. Außen die Volvos, das ist auch cool. Innen drinne, die beiden... Ach, die beiden. Die vier Scanias. Dann haben wir hier... Drei... Lackiervarianten. Zwei. Ach nee, EGAL-TV hat auch so wie wir. Ja. Was ist jetzt mit mir? Ja. Ja, ganz vorne ist blau. Ja, das ist gut, du bist ja... Schwarz, weiß und schwarz, schwarz. Ja. So, wenn wir den letzten einpacken, dann... So. Dinn, 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 dinn. Ah, gut, okay. Ich die erste Tour? Ja, ja, die erste Tour. Der Gargamel, ne? Ja. Ja, cool. So, jetzt ist gut. Okay. Da schieß! Schieß, äh, schieß! Scheiß! Äh, schieß! Tuning add-on-package for the Volvo FH Long Deck V1. So, dann würde ich sagen, mach ich jetzt noch ganz kurz was und dann beende ich den Stream. Ja, man, schick! Toll! War super! Ja, war auch gut, das Team! Dam, dam, di, dam, 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 di, dam, dam, dam! Oh! 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 Und dann würde ich auch sagen, ich beende jetzt meinen Stream! Haut rein! So! Und schau! Leute! Okay, der Stream hat mit dem Handy piep nicht auf, sehr gut! Habt ihr auch ne WhatsApp-Gruppe, fragt der Karsten? Ja klar, haben wir. Welcher Karsten? Kein Glück der. Oh, neuer, neuer, neuer Fahrer. War auch gleich mein Gedanke, wo ich das gehört hab. Ja, cool. Siehst du das? Was? Was? So Kinder, danke für die nächste Tour. Ja, mit Manny und Vianna klappt. Wie gesagt, ich komme jetzt noch ein bisschen mit. Super. Fett. Ja, danke für die nächste Tour. Abwechslung mal nicht als Letzter zu fahren. Ja, das letzte Mal fährst du als Erster oder Zweiter. Ach nö, ich fahr gerne. Was? Ich genieße das. Äh, ja. Na ja, morgen wieder Arbeitswoche fängt an. Dann wünscht euch doch mal gute Nacht. Ja, gute Nacht. Ich bin jetzt auch mal weg, ge? Ja, tschau. Tschau, tschau. Tschau. User disconnected from Returnal. Ja, dann füge ich mal den Karsten gleich mit hinzu, ja? Oh, das ist cool mit dem Handy. Ach, er ist der Cashy bei Twitch, okay. Hasten ist der Cashy bei Twitch. Cashy? Ach, okay. Also, Ade was sei denn, komm mit einem Timebeet. Jawohl. Tschüss tschö. Tsch ο tschi tschö tschö. Tschoss. Ciao. User disconnected from Eternal. Du meinst nur zuryt, hahaha. Ich würde sagen. Ich habe die Passerlappenpotze. 1 zu 14 kann abkommt Können immer suchen Machen wir Feierabend für heute, oder? Ja 1 zu 4 1 zu 4 Kasten hinzugefügt Genau jetzt Spinning Ich werde dann auch mal vor sagen, mal streamen, wenn ich Lust habe Wie schon gesagt, mal gucken Kasten oder Cashy Ja, ist drin in unserer WhatsApp-Gruppe Die 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 Untertitelung des ZDF, 2020